die eigenschaft pflanzenpflege besitzen und das zu bedienen wie groß ist das teil geht man hier dazu stelle scheint dann aber strom oder so zu brauchen forschung forschung tierkontroll kreaturen töter damit habe ich mich noch nicht beschäftigt ich will jetzt erstmal wo ist diese wasserversorgungsrohr rohrleitungen ich ging da jetzt erstmal hin bis zur luftschleuse mehr geben das in der auftrag so dann machen wir die pause wieder weg da bohre ich mich hier durch schirm schmutzige wasser da schmutzt das wasser ja was ist das dann hole ich mir das ich könnte da doch noch rennen bohren oder man füllt es hier gucke wie wir hier kommen oder so ist schlecht zusammen das ist nicht gewollt ach Jess wo ist der geysir wo wir die ganze zeit führen die bohren sich aber auch nicht so wir können wir können ja auch das wir können auch das das aber gut wir haben zehn kolonisten zehn stück wir könnten 11 sind aber er willkommen bei den sturmtruppler hier nimmt einen twitch sturmtruppler helm entgegen und sei willkommen im twitch imperium die stille zuschauer ne warte mal wenn du männlich herauskommt dann habe ich auch eine beton ente in dieser kolonie kannst du haben so pampelriegel du esst aber er ist eine ausgezeichnete köchin diese pampelriegel schmecken wie hühnchen lass dich von der farb nicht irritieren ja ich will doch aber weiter runter warum wird das nicht gemacht was ist denn da für ein luft chlor nicht atembar wie kann man chlor verändern ich bin nicht mit forschung die forschung weiter getritt ist aber gut wenn du mir jetzt schleuse und erforsche und rohrsystem und guck mal einfach ne der strom ist ja da es hat gekocht die rahmen immer noch weiter auf dass wir stoppt ist doch alles ein bisschen aufrahmen der jazz hat es voraus gesagt das wird ewig dauer die hauen die tour wurde dann schneller mehr ein lagersystem könnte er einfach vorher voll sind und dann hat sich die sache auch erledigt erf moment aufrahmen und schlager voll ist kann man nicht weiter aufrahmen musst du erforschen jetzt weiß ich nämlich was ich gebabbelt habe wenn ich im bubble fluss der ich mal drin bin dann läuft es wie im wasserfall und das kurzzeitgedächtnis ist kaputt und schmerz sah auf was sich der aussage bezieht mit dem runder butler oder so ja es ist jetzt echt nicht mehr ja es wird auf jeden fall die grünen farb erkläre die forschung hat sich gerade erledigt beim kleinen tisch jetzt wird am großen tisch wieder geforscht da war ich doch die turn ach so ok gibt es also ok nahrungsmittel mangel ja ich weiß ich bin ja doch die ganze zeit vielleicht doch noch noch mal so ding doch bauen das rohe system wurde gebaut haha ja nur ein mädchen lauter kerl sehr schön das doch dass das betonend willkommen in der kolonie und gehen jetzt runter machen er doch jetzt endlich weiter ja fanny ich hab dich zum besseren minearbeiter hoch gefördert du bist halt aber arm oder ohne arf haben wir zum arbeiten betonend wenn man merkt dass du dann neue bist du bist noch nicht so akzeptiert bei der andere glaube ich wenn du so weit aus schlug oder ist schon ziemlich gut von der skillung her wo habe ich die werte grabe ins athletisch das heißt laufrad bombe lerne du kannst forscher also unfreundlich zu der andere passt doch ich hab nichts nach mir das jetzt in die hand mit dem bohrer oder ohne du holst doch was zu essen der schmeckt das wohl nicht was er tecna da oben macht die du da immer mit so chemischem zeug da rum sprühen das sind wir nicht so nach die forscher gang schöner jahre job normal der letzte schrank ist kann man eine fülle noch er bett haben wir frei müssen wir darauf achten dass man dann bette setzen ich bin ich ja auch mal anfangen schon mal das zu tun das machen wir dann die helferin ziehe dort das ziegel drüber so dann graben wir das frei dann machen wir das mit schleusetür hierzu und bauen der luft ding rennen und dann ist gut wo die die pflanze das wird ganz schön geerntet ich baue dennoch noch mal so zu teilen dass du stromzufuhr die forschung ist die fertig ja gleich da ist die luftschleustür die wasserversorgung haben wir jetzt schon das heißt ich bräuchte ab punkt teilen hier drin oder hier ich könnte alles die luftschleustür lassen müsste ich dann alles die luftschleustür dort die luftschleustür aber gut das teil ist ja auch noch nicht gebaut und so haben wir noch zeit die lufträder ich drehe die luftschleustür ich meine die energie ist die zeit voll da geht es ein bisschen schneller leer da kommt da noch eins jetzt wird er noch aufgeräumt deswegen stockt es halt noch noch muss sehen ich würde es gerne so nach ich könnte noch so ein zwischendrin noch mit drin sitzen willkommen mein neuer sturmtruppler hier nimmt ein twitch sturmtruppler entgegen und reite dich beim twitch imperium ein dreams da hätte man dann schon wieder neuer kolonist je nachdem wenn ich weiß nicht was hier rauskommt ne jetzt gehen 4 hopp ihr seid aber die sind immer noch im aufrahmen ah die haben dir noch kein job zu gewissen beton hat auch noch ketchup gut künstler sag dir du bist ein künstler beton beton wo hast es gelungen um drei bereinigung tja man steht da nicht im weg ne wissenschaftler mit 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 3 u forschung dann tue ich dich doch von reiniger unter und so darf ich die forschung und vielleicht kommt mit nachzum wissenschaftler und höher lernender architekt ist ausgefüllt du meinst ich auch erhöhe und das sind wir nicht auch in seinem job auf 100 prozent du meinst auch erhöhe tja du kannst mit fanny auf die höhere stufe ohne tekna ist bald soweit gut da muss man doch als art drauf achten die holen sich alle jetzt neue hüter ab gut na bitte am ende von tausse hüte holen und die emmy hat die beförderung bei der forschung und schatten gut so sind ja alle berufe aufgestiegen das ist gut jetzt habe ich zwei boter ohne bohren könnten mal sehen wann es gemacht wird und halt echt immer noch am aufrahmen tja ich habe das auf 8 gedreht und schon ist strom weg ich könnte ja das oprahmen regieren tag regiert fertig jetzt wird wieder andere kram gemacht so kommen endlich an die neue wasserversorgung jetzt geben sie aber doch nicht gas hier oh ja was brauch ich denn da alles matsche riegel pinsel habe ich nicht alles net kann man nur frittierter matsche riegel machen so so Und das ist hier die neue Bettestation. Wasser ist schon mal gleich dort unten, jetzt läuft das Wasser da runter. Bis zum nächsten Mal.